Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr, SV Wien gegen Skuttgart, 2 zu 1. Ennis Linder, Sascha Mokenhaupt, Indikt Röger, Tobias Schwede, Max Dicken, Sebastian, Marian Markovaka, Patrisson Cartow, Niklas Dams, Daniel Gehry, Manuel Schaeffler, Stefan Akinach, Gekor Koppel, Maturo Endo, Mark Oliver Kamp, Nathan Philips, Marken Kaminski, Gonzalo Castro, Daniel Daffy, Philipp Fröstner, Silas Weimakukea, Nikolas González, Mario Gomez, 22.50 Uhr. 23.50 Uhr. 23.50 Uhr. 26.50 Uhr. Vielen Dank.